Ein kostenloses Coaching für dich. Warum? Weil es manchmal schwer ist, den richtigen Weg zu finden. Vielleicht kennst du das und du hast schon lange irgendwelche Räume durchsucht, nach neuen Möglichkeiten geschaut. Doch irgendwie ist es, als wenn alles im Nebel ist oder jedenfalls die Sicht nicht klar und du vielleicht nicht genau weißt, ja, wo soll es hingehen, wo soll meine Reise weiter hingehen. Da ist es richtig gut, sich Hilfe zu suchen und einfach mal in den Austausch zu gehen, neue Ideen finden, die Gemeinsamkeit und die Herzlichkeit wahrnehmen und dein Licht wiederfinden, deine Möglichkeiten, die ganzen Möglichkeiten finden, deinen Lebensrad wieder zum Laufen bringen, damit du hoch hinaus kommst, wo auch immer das für dich ist. Ja, deinen Weg finden, deinen eigenen Weg, voller Kraft. Buche einfach jetzt ein Coaching-Gespräch bei mir und wir schauen, wie wir deine Möglichkeiten, deinen Weg und das, was du möchtest finden. Brother 1. Der Weg sind S